Ja und damit herzlich willkommen zum, ja, Let's Play Minecraft oder beziehungsweise LPT Minecraft mit dem lieben Herrn Bananenbrot. Das bin ich. Jawohl. Einen wunderschönen guten Tag auch. Ja, wir werden jetzt hier so ein bisschen uns umsehen, ein bisschen uns umgucken, denn wir werden, ähm, ja, eine neue Welt ist das, ihr seht's. Und wir werden uns ein wenig umsehen und ein bisschen, wir sollten mal gucken, dass wir dann so schnell wie möglich, weil, alter, da ist schon ein Dorf. Zivilisation! Zivilisation! Ich hab Zivilisation gefunden. Ja, du siehst aus wie Robin's the Cruiser, weißt du. Den hab ich immer, den hab ich immer dabei. So. Mäh. Ich werde, ich werde so im Verlauf ein bisschen mal den Skin wechseln, damit, äh, damit du nicht, ähm, den Typen mit dem lila-roten Blazer dauernd anguckst. Der erinnert mich so ein bisschen, der erinnert mich so ein bisschen an den G-Man von Half-Life, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, und für auch, äh, die Leute auf YouTube, ihr seht's wahrscheinlich hier unten wieder, ist, äh, 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 ja, was heißt Live-LP, ist es ja ohne Kamera diesmal das Live-LP, aber für die Leute auf YouTube, es ist live gespielt über Twitch, ohne Kamera, beziehungsweise Stream läuft. So, ähm, ja, ich mein jetzt im, ähm, im, hallo Poppa-Cop, willkommen zum Live-LPT, zum Minecraft. Äh, ich meinte mit Facecam für, für YouTube. Ja, die seh ich hier. So, ich hab schon mal so ein rohes Schweinefleisch, ich werde mal ein wenig Holz schon mal hacken gehen. Ich werde die Felder mal abruppen, weil da könnten auch Karotten und Kartoffeln sein. Wir können ja ein bisschen so lange rumlaufen und uns währenddessen, wir hier, äh, Holz sammeln und alles, können wir ja, äh, uns einen Ort aussuchen, wo wir vielleicht, ähm, ja, unsere Häuschen bauen. Wunderschön, ja, genau. Ja, ja, können wir machen. Wir könnten auch erstmal, äh, ein Haus von den, äh, Dorfbewohnern okkupieren, sozusagen. So raus hier, das ist unseres. Das ist unsere Hütte. Ihr habt keine Miete gezahlt. Ey, wisst ihr, wir räubern die hier so aus, dass es nicht mehr nett ist. Raus hier. Ja, aber wohl eher, wohl eher du. Ich bin nämlich gerade Holz am Haken im Wald. Ich bin ein fleißiger Holzfender. Na, 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 na. Ey, Fender, alter Holzbücher. Ja, heute so früh ist nur deswegen, weil, ähm, wir machen gerade ein Live-LPT. Ja, wir nehmen diese Folgen auch für YouTube. Ja. Ne, um 20 Uhr fällt's heute nicht aus. Das, äh, wird heute funktionieren. Davon bin ich fest von überzeugt. Wer zockst denn nun, Flexi? Äh, heute wird es am Anfang Violent Hearts geben und anschließend wahrscheinlich White Knight, vielleicht aber auch Dying Light noch dazwischen. Müssen wir mal gucken. Irgendwie. Also wenn Dying Light, äh, dann kann ich da gerne, äh, hier behilflich sein. So. Also ich hab schon ein paar, 15 Hölzer hab ich schon mit am Start. Mhm. La, 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 la. Ich bin ein fleißiger Holzfender. Und ich hab, äh, 49 Kartoffeln und 24 Karotten. Er ist voll am Abgrasen da alles. Oh, hier ist mein größer Baum. Das ist das Coole, die Kartoffeln, ähm, seit einem Update wurden die, die, die... gedowngradet. Aber Kartoffeln waren so für mich das, äh, effizienteste Nahrungsmittel, weil die musstest du nur kurz backen im Ofen. Also ein Stück Kohle, eine Kartoffel und hat vier, äh, Lebensanzeigen wiederhergestellt. Ah, okay. Ja, so langsam krieg ich auch nur ein bisschen, also muss ich sagen, also jetzt... Oder ne, dreieinhalb oder sowas. Und das Einzige, was, äh, was genauso viel geheilt hat, war, ähm, Kürbiskuchen. Aber Kürbiskuchen, da braucht es Eier, Zucker, äh, Weizen und Kürbis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kartoffeln hab ich noch nie so richtig... Ich bin jetzt sowieso nicht der großartige Minecraft-Profi, aber, äh, ähm, ich hab noch nie großartig Kartoffeln gegessen, muss ich sagen. In Minecraft. Solltest du mal, also... Sollst du mal probieren, ist exquisit. Mh, musst du mal probieren. Mh, delizieus. Oh, hört, hört, der feine Herr. Du bist auch zurück, Popokop. Ja, der feine Herr. Der feine Herr, hört, hört. So, ähm, ich hab da dieser Bercht da hinten aufgerunden, ne? Also du bist noch im Dorf. Ja? Ja, die sehen mich schon wieder an, als würden sie mich missionieren wollen. Möchten sie über den Herrn reden? Ähm, ja, wie gesagt, ich sammle jetzt noch hier ein paar Ressourcen, also ein paar Bäumchen. Ein bisschen Holz, das kann man ja... Äh, ich bin so ein bisschen in diesem Waldgebiet hinterm Dorf. Äh, ja, das sind viele. Das ist ne super Information von mir. Ja, welches? Das mit Schnee oder das mit Dschungel? Äh, das mit hier ist so Schnee so ein bisschen, glaube ich, wenn ich das... Warte mal. Ich seh dich, da hinten. Komm doch. Hallo, 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 hier, 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 hinten. Ja, du läufst in die richtige Richtung. Glaube ich zumindest. Jetzt seh ich die nicht mehr, du bist grad runtergesprungen. Nee, hier rechts runter. Rechts runter. Hier, hier, hier. Hier, rechts, rechts, hier, hier, juhu, hier. Er sieht mich nicht. Ach, da! Er sieht mich nicht. Jetzt seh ich dich. Jetzt, jetzt sieht er mich. Ich geh hier in den Wald, ich geh hier in den Wald, so. Äh, warte, ich darf nicht so viel. Äh, du brauchst Nahrung, du brauchst Nahrung. Ich weiß, dass ich Nahrung brauche, aber ich hab hier noch ein bisschen Fleisch in dem Gepäck. Ach so, ja, gut. Ich hab ein bisschen Fleisch. Ich hab ein bisschen Fleisch. Wollte ich gerade sagen, für mich? Gehen jetzt schon die Streitereien los, oder was? Nee, ich hab ja 22 Karotten. Und das Gute an Karotten ist, ähm, oder an Kartoffeln und Karotten, die brauchen, wenn ich mich recht erinnere, erstens wachsen die schneller als Weizen. Okay. Weil Weizen hat, glaube ich, sechs oder acht Wachstumsphasen und Karotten und Kartoffeln nur drei oder vier. Ah, wusste ich gar nicht. Also die wachsen viel schneller. Und, äh, zweitens, ich glaube, die brauchen weniger Wasser. Okay. Also die müssen nicht so nah am Wasser sein. Okay. Vielen Dank für die... So, ähm, ich würde mal sagen, dass wir dann gleich einfach mal, ähm, mal schauen, dass wir... Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, ich würde mal sagen, dass wir dann gleich einfach mal gucken, dass wir, äh, ja, eine interessante Behausung vielleicht anfangen zu bauen. Vielleicht aber uns erst mal umschauen, dass wir einen richtigen Ort dafür finden. Weil sonst, ähm, bringt uns das ja nichts. Also muss ja auch schön aussehen. Und genug Holz haben wir, glaube ich, auch gleich. So, du kannst ruhig sterben, hab nichts dagegen. Hallo Säckchen, willkommen zum Live-LP, zur Live-LP-Aufnahme. La, 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 la. Ich sammle nochmal ein paar... Ich kann nochmal irgendwas essen. Oh, ist Schweinefleisch? Mh, lecker. Nam, 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 nam. Und ein bisschen Holz nochmal einsammeln. Je mehr wir haben, desto besser. La, 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 la. Und werde mir währenddessen mal sofort jetzt eigentlich mit den Hölzern, und es wird nämlich Nacht, ähm, werde ich mir eine, l-l-l-l-L-Werkbank bauen. Ah, nein, ich brauche dafür... Nein, Mist, Kacke, ah. Was brauche ich denn dafür? Eichenholz? Was habe ich denn hier drin? Fichtenholz, ah, das ist ja super. Da habe ich ja echt toll gesammelt, muss ich ja mal sagen. Ähm... Wo kriege ich denn... Ach, Eichenholz ist ja im anderen... Oh, ah. Nein! Das sieht böse aus. Das sieht sehr, sehr böse aus. La, 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 la. So, wo kriege ich denn Eichenholz her? Wo kriege ich Eichenholz her? Ja. Hm. geht so also schauen wir mal da ist eine spinne tschau tschüss so warte ich habe schon ein skelett das ist gar nicht gut dass ich einfach zu den dorfbewohnern gehen hier sind schafe da kann ich mir ein bett bauen ist einfach die tue leid ist tut mir leid ich kann nicht anders es tut mir leid ich kann nicht anders tut mir leid aber damit kann ich mir schon mal ein bett bauen hallo jungs an ich komme da nicht richtig hören so aber erst mal eine werkbank bauen so die werde ich mal hier bauen und dann das bett was brauchen wir dafür drei von den eichenholz brettern so davon vier und können ein bett bauen sehr schön supi so zack kann ich mir noch eins bauen nein ich brauche mal dreimal dreimal ist das denn okay sehr intelligent die tür naja wenigstens haben wir schon mal was ich komme nicht raus die drehen völlig am rad glaube ich ich glaube die drehen völlig am rad was machen die denn hier eine klingel damit ihr wisst was zu essen habe wegl so ja ein wunderschönen guten Tagsäckchen da ist der Besuch so gibt mir die Banane genau gibt mir die Karotte das Schwein guckt dich so liebevoll an deswegen mal werde ich einfach mal das Schwein noch mal schlafen noch ein bisschen Schweinefleisch essen groß Schweinefleisch und da ist ein Schaf komm her die sterben die sterben du Schaf die sterben dann noch mal Wolle so ähm mäh 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 so ich werde dir ein Bett bauen Banane du hast schon Wolle ich hab gleich Wolle hast du ne Schere oder hast du die Schafe gekillt ich kill die Schafe jetzt gerade erst mal für den ersten ersten da hinten sind zwei Skelette die sehen nicht so schön aus so komm mal mit bitte ich muss jetzt grad mal gucken wo das jetzt war das war warte mal war das war das da nie warte mal wo kam ich denn hab ich das Bett gebaut nee in irgendeiner okay komm mal ich glaube ich habe ja verdammt wo hab ich das Bett ne hier ist es nicht drin verdammt wo hab ich das Bett gebaut aua nee äh ich kann nicht viel machen ich kann nämlich mit einer Karotte kloppen komm mit komm mit ich glaube es war doch da hinten oder kann das sein das Skelette hat gerade die Spinner abgeschossen verdammt ich hab irgendwo ich hab irgendwo ein Bett gebaut ich weiß nicht wo war das hier drin nein verdammt komm mir rein ich hab irgendwo ein Bett gebaut in irgendeiner Häuser ich weiß aber nicht wo kann doch nicht so schwer sein da sind doch nur vier Häuser das sind doch nur vier Häuser oder oder war das hier doch das war hier oder nee das war wo eine Tür in die Wand geht bei denen warte bleib mal eben da ich schaue mich mal eben um das ist in den Häusern so üblich ah Creeper 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 nee hier ist nichts das kann doch nicht das ist doch das ist doch bestimmt ah hier bestimmt ah hier war das hier war das hier ja da ist es so warte so Moment muss mir auch ein bisschen schlafen und am nächsten morgen werde ich mir erst mal so hier liegt auch unsere ich werde mir erst mal ein knuspern so ich werde mir erst mal ein paar Gegenstände bauen hier ein paar Äxte oder sowas weil dann kann ich ein bisschen besser die Bäume fällen ha 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 so ich gehe währenddessen oder wir gehen ein wenig auf Pilgertour würde ich sagen ne ein bisschen gucken wo wir unseren Creeper aufpassen ja ich habe ihn gesehen was macht ihr hier draußen Creeper sterben nicht bei Tagesanbruch sofort ach so komm dann geh mal da hinten an den Berg gucken und währenddessen vielleicht ein paar Kühe schlachten ja ich habe noch ich werde soll ich mal das Dorf ein bisschen abschlachten wenn du magst warum nicht abschlachten sondern so ausschlachten also das Holz und so weg weil ich habe keine Werkzeuge kein gar nichts na du hast ja da die Werkbank wenn du willst brauchst du ein bisschen Holz vielleicht obwohl ich habe nichts mehr ich muss ein bisschen Holz sammeln gehen die ist bei uns im Haus die Werkbank ist immer noch im Haus ich werde ein paar Bäume fällen ein bisschen Holz fällen ein bisschen Holz fällen ah der zischt von der Creeper ah so damit geht auch schon viel viel schneller mit so einer Axt können wir schon viel viel schneller hier Bäume killen zack so wo ist der Creeper hin? keine Ahnung I don't know ach ja immer diese Arbeit ich dachte schon mal spät vor der Tür ach ja immer diese immer diese Arbeit immer diese Arbeit mit Holz fällen die Arbeit so äh da ist noch ein Creeper guten Tag der Herr ich möchte keine Versicherung kaufen hehehe Tp alt da wie das hier aussieht もう jetzt, nein, ich kann nicht mehr raus der steht vor der Tür hehehe Hahahaha Old, der wie das hier aussieht ist ja der Wahnsinn ich möchte nicht zwei Ah charerus ich möchte diesen Teppich nicht kaufen hm bitte hm danke oh du hast sonst ein Doppelbett im Bett gebaut hm 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 oder dass wird sich in einer neuen Behausung aber schleunigst ändern hehehe doch doch aber schon mal gut dass wir ein dorf gefunden haben das ist schon mal super denn wie oft ist es bei minecraft so dass man erstmal stundenlang nach zivilisationen vor allem diese dörfer sind auch genial wenn du eine schmiede drin hast könnten ja schon diamanten drin sein so ich werde ein bisschen hier so mein mein inventar ein paar bäume kann das sein ja ich hab kein paar bräume ein paar bäume ich hacke bräume bräume den bräumen hallo ich weiß es nicht ich habe echt angst gerade also wie gesagt ich könnte vielleicht noch was essen so langsam richtung immer noch beim schneegebiet nein nein guck mal auf die karte ja ich habe eine karte geht der baum wird immer kleiner ach so ich habe die ganze zeit mit fleisch auf den baum deswegen geht das auch nicht so schnell und ich wundere mich schon wieder gibt es doch gar nicht mit ein stück fleisch du haust mit so einem kotelett auf die alche ja so willkommen zum live lp zum live lpt wohlgemerkt ja wir nehmen heute ein paar folgen auf da könnt ihr live dabei sein ist auch spontan ja wie gesagt der der chat oder beziehungsweise stream so von der kommentare ist jetzt eher so ja ich sag mal nebensächtig klingt auch ein bisschen hart sagen wir mal so wir gehen jetzt nicht so intensiv auf die links ein weil wir ja wie gesagt für die youtube dann die folgen aufnehmen für youtube youtube für du röhre für die ruhe soll ich mal ich bin so ein bisschen hinter dir soll ich hier mal ein bisschen holz hacken auf der insel du kannst wenn du willst du kannst auch steine wenn du willst hast du den spitzhacke dann nimm doch steine ich habe das hau ich habe das haus so weit auseinander genommen dass ich mir ne axt machen kann okay spontan ist immer gut ja das stimmt jetzt kommen wir nicht an mit spontan das an den wager begriff ist ein wunderschön tag wir wurden gut nach gut doch gut da geschaut werden wir müssen jetzt gleich mal während ich jetzt hier noch zwei veräumte fälle werde ich hier noch meine werkbank mir gleich hin klatschen kann nämlich dann mir eine spitzhacke bauen werde mir glaub ich dann ein paar steine und dann gibt es gleich stein ich sehe da hinten eine höhle wo bist du denn da wo das ich sehe ich gar nicht schweiz wackelt ich sehe dich gar nicht wo bist du an dem berg aber in einem kleinen teich bin ich ach da bist du das schaf das so platz macht wo bist du wo ist denn die höhle nach da da geht es ja echt tief rein schau dir das wahl ich bin unterwegs ich komme mal gucken was watschelt denn hier so nee ich glaube nicht dass das das schaf ist was hier so watschelt ich glaube da ist irgendwas hier drunter ach hier der ach hier diese achter hier schlagen und schleim ich bin wir da nicht so dass ich mir da nicht schleim blöcke raus oder gibt sie hier gar nicht so er so eine kleine die kleinen schleimst kannst du auch mit der hand töten also okay da brauchst du nicht deine waffe verschwenden die kannst du mit ich habe sie jetzt mit getreidesamen erledigt guck mal bitte was denn rein da ja lass mich eben lass mich geben ein paar jetzt mit dem hopp rein habe ich nicht mit dir geredet sondern so schafft dass ich die höhle und ich werde mal eben ein paar spitzhacken bauen wenn du willst kannst ja auch dich bedienen ja dann werde ich mal eine kiste bauen und werde ich mal da reinpacken kannst du dir nämlich da ein paar rausnehmen wenn du willst oder brauchst du da keine eichenholz ach ich habe gerade eine eiche umgenietet ich kann mir jetzt auch selber eine spitzhacken auch ne ich komme mir selber hin zu machen ich brauch dein scheiß nicht weißt du ich brauch dich nicht ich überlebe hier selber so ich werde mal wieder ein bisschen sortieren also ja 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 immer nicht stressen jetzt hier nicht stressen ja 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 kein thema schau mal da geht's rein in die höhe ja ich würde sagen gut wenn du gucken willst guck gerne aber ich guck nicht ich werde erstmal ein wenig abbauen so gut sind wir jetzt nun auch nicht ausgerüstet wir sollten erstmal uns verbessern würde ich mal behaupten und dann können wir uns umgehen einen geeigneten platz ich habe doch ich habe doch drei koppel abgebaut alter jetzt geht er mir auch noch der eigene steine zusammenziehen so jetzt gibt's krieg hätten wir doch lieber anlassen sollen was das spieler sich schlagen dürfen so das klingt super das ist echt super so jetzt haben wir ein paar steinchen dann werden wir okay und schon ist die spitzhacke kaputt das heißt ich werde noch mal eben schnell die andere nehmen um die drei steinchen noch abzubauen so zack würde ich sagen hier die erde auch noch mal eben weg dann können wir noch mal lang gehen so genau so ich baue währenddessen schon mal ein bisschen ein paar ich weiß nicht was ich mache ich habe gerade die falsche knöpfe gedrückt das war das problem okay so keine stick ist mehr das ist nicht gut so ich habe ein inventar ist inventar ist voll inventar ist voll ich werde ein bisschen was ablegen in die kiste suchen wir nach kohle oder machen wir uns holz ich würde sagen holz ich würde sagen suchen nach kohle vorerst gesagt holzkohle ist so ein bisschen erstens man hat platz für andere sachen wenn man auf höhlentour geht und muss nicht jede kohle abbauen ja und räume wachsen immer wieder nach und dauert nicht lang holz wir haben wir ja können wir ja schauen es ist jetzt nicht so oder ähnlich wenn die ganzen Krimskram schon wieder da reinpacken in die kiste so naja so holz bald ich mal hier drin das bald ich auch mal hier drin boah diese ganzen Dienste die gehen wir jetzt schon auf den Senkel wieder auf den Senkel und schon haut sie ab und schon haut sie ab die blöde die blöde Kuh aber das hört sich schon wieder so zweideutig an das ist so falsch ich entschuldige mich jetzt schon dafür so warte mal jetzt haben wir hier ein wenig ich geh pennen hast du gehst pennen es wird Nacht ja ich weiß ich bin nur grad die Kiste hier so ein bisschen am und da sind schon wieder ein Creeper in unserem Dorf ja ich ess mir nur eben was und dann komm ich auch waaah zwei Creeper bist du schon unterwegs zum Schlafplatz ja ne ja der eine Creeper ist gerade kurz vor dem explodieren ach da war das Dorf tschüssi so du lässt mich einfach hier alleine ist denn sowas möglich das gibt's doch gar nicht hehehe lässt er mich einfach alleine unglaublich sowas mitten in der Nacht lässt er mich oh unglaublich sowas ich schmeiß dir dafür ein bisschen Weizen auf deine Seite das ist super das find ich nett da kann ich mich mit Weizen bisschen aah aah ich hänge aah nein nö Weizen nenne ich wieder ciao so ja ich würd sagen das war's auch erstmal dann für die erste Folge denn ja wir liegen uns pennen und sagen tschüss bis zur nächsten Folge tschüss 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 tschüss